UNTERTITELUNG wo man anspringt, wo man anspringt, wo man dicht znappt und am Tag, wie kann eine gähne, pfahlwerner, körperlicher, wilder, spannender, liebend, erzähler, blösser viel. Das Frauenmuseum ist eine im Ort verankerte Institution, stellt eine fixe Größe in der Kulturlandschaft Vorarlbergs dar und besitzt zugleich überregionale Strahlkraft. Diese Balance zu erhalten, ist für uns auch in Zukunft wichtig. Die 1878 in Innsbruck geborene Zensi von Ficker, auch genannt das Uschpa-Mädel, wurde ihr doch der Berg Uschpa im Kaukasus vom dort herrschenden Fürsten 1903 mit schriftlicher Urkunde hochoffiziell geschenkt, hat einmal gesagt, für uns Frauen ist nicht der Berg selbst das Schwierige, sondern was sich um ihn herumbaut und sich gegen uns stellt. Niemand kann uns helfen, diese Widerstände zu überwinden. Im Letzten sind wir immer allein. Wichtig ist ja nur das eine, das zu leben, was man ist. Betrachten wir diesen letzten Satz als programmatisches Statement für die Ausstellung in unserem Haus. Es soll in diesem Haus auch weiterhin darum gehen, unsere Geschichte zu erkennen, daran zu wachsen, dabei den Blick für die Gegenwart mit ihren Fragestellungen, Problemen und laufenden Veränderungen zu schärfen und an einer positiven Gestaltung der Gesellschaft zu arbeiten. Vielen Dank. Applaus Ich bin jetzt nicht in diesem Haus. Ich bin jetzt in diesem Haus. Ich bin jetzt im Moment. Ich bin jetzt in diesem Haus. Ich bin jetzt in der Tatoo. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020